Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werde ich mal ein paar Kommentare durchnehmen und das habe ich schon in meinem letzten Video angekündigt. Aber erstmal nochmal ein riesengroßes Dankeschön an wirklich alle, die einen Kommentar geschrieben haben. Egal was für einer. Ich sage euch wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr eine so tolle Community seid. Ich meine, ihr habt es mir ermöglicht, 44 Abonnenten zu haben, was zwar nicht viel ist, aber okay, für mich reicht's. Und erstmal vielen Dank an euch und ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Bloodheadline schreibt, breit gebaut, XT, gutes Video. Ja, ja Leute, ja, ja, breit gebaut. Ihr kennt mich, ich bin der Arnold Schwarzenegger von Deutschland. Okay. Der gute, oder die gute, Rabotagen, Hartz IV hat geschrieben, Lel, why so wenig Abos und so weiter. Dachte, du hast safe 10.000. Nein, da muss ich dich enttäuschen. 10.000 Abos habe ich nicht. Warum ich noch nicht 10.000 habe, weiß ich nicht. An alle, die dieses Video gucken, abonniert, dann bekomme ich schnell 10.000. LPG, äh, muss ich mal ganz kurz lesen. LPG, äh, 2000 Jahre später. LPG, K, Ele oder Marshmallow. Props in deinem Namen. 1000 Fehler. Schlecht. Hä? Äh, ich habe nur eine Sache zu sagen. Mach's besser. Von dem guten Crypto Manic ist, sieht schon Baba aus, Bruder. Nice. Cool. Hätte nicht gedacht, dass Haftbefehl dieses Video guckt. Ja. Der gute Rostag schreibt, Korrekt, ich abonniere beide Dani-Bruder. Noch so ein Haftbefehler. Digga. Was ist los? Und der letzte Kommentar kommt von Sherry Dry. Ja, Sherry Dry. Yeet. Nice, man. Toll, dass du so ehrlich bist. Hätte ich nicht erwartet. Ja, meine Lieben, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Mirjana, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier links ist mein Abo-Knopf. Hier rechts kommt ihr zu meinem letzten Video. Und nochmal vielen Dank für euch. Ihr habt es mir erst ermöglicht, zu groß zu werden. Und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Woche. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.